Hallo allerseits, ich bin hier auf den Spur 1 Tagen Wellrichstadt und nochmal auf der Anlage der Modellbahn aus Siegenburg. Da ist jetzt von Steiner Modellwerke das erste Serienexemplar der Köv 2. Dieses Modell ist fein detailliert. Das soll jetzt im Januar 2023, Februar 2023 die ersten Varianten zur Auslieferung kommen. Und das schauen wir uns jetzt hier mal aus der Nähe an. Da gibt es dann auch hier einen richtigen Kettenantrieb und einen sehr fein detaillierten Führerstand. Mal schauen, ob ich das hier einigermaßen schaffe, ohne zu sehr wackeln. Und dann schauen wir mal mit der Beleuchtung. Dann gibt es zwei Hörngeräusche. Dann noch ein Rangierdialog. Ein Stückchen weiter nach vorne und gut so. Die Grenze anlegen. Ein Tor, ein Tor, ein Tor. Gut so, Schotterwagen machen wir gleich zwei und dann ist fertig. Hey Chef, mach mal Pizza an! Gut, und jetzt lassen wir sie mal fahren, rückwärts auf der Anlage. Kleine Rangierfahrt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sind alle hier. Das war ein Führerhourdialog. Das war's. Das sind die Musik- und finishing- desampelte Orders. Das war's und relativ einfach immer humidity. Auf der G Weinstageausstellung. Es waren eine Menge Leute den ganzen Tag hier. Jetzt ist es zwar schon deutlich ruhiger, aber immer noch einige Leute, das gehört immer wieder mal reden. Jetzt ist die Weiche gestellt und jetzt geht es Richtung Bahnhof. Eine kleine Rangierfahrt am Bahnhof vorbei. Musik Ganz nebenbei nochmal ein Blick hier auf die wunderschöne Modulanlage der Modellbahn aus Siegenburg. Und hier schön in Szene gesetzt, am Bahnsteig auch viele Leute, viele Fahrgäste. Tatsächlich in der Bahn einiges los. Das war's mit der Köp 2 von Steiner Modellwerke. Hier auf den Spur 1 Tagen in Mellerichstadt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.